Heute ist Weltelterntag und als Vater kenne ich die großen Herausforderungen, vor denen wir täglich und aktuell ganz besonders stehen. Viele Menschen sorgen sich um ihren Arbeitsplatz und betreuen neben der Arbeit noch ihre Kinder zu Hause. Viele von euch sind zugleich Patinnen und Paten bei World Vision und sorgen sich um die Kinder in den Krisenregionen unserer Welt. Für die Eltern in diesen Ländern ist die Corona-Krise nicht die einzige Krise, mit der sie umzugehen haben. Finanzielle Nöte, Hunger, Krieg und Flucht sind nur einige der großen Herausforderungen. World Vision unterstützt diese Mütter und Väter mit der größten humanitären Hilfsaktion unserer Geschichte. Und ihr macht das möglich. Herzlichen Dank dafür.